Musik Eine neue Zeitreise, willkommen liebe Zuschauer. Und diese Zeitreise, die starten wir heute auf dem neuen Friedhof von Rostock. Eine der wenigen Städten in dieser Stadt, die noch Erinnerung bringen an die schlimmen Ereignisse des Ersten Weltkrieges. Vor 100 Jahren, in diesem Monat November, gab es die letzten Gefechte des Ersten Weltkriegs. Und die Niederlage Deutschlands stand eigentlich schon viel, viel länger fest. Mit der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens am Ende des Monats November in Camp Yen war dann der Krieg endgültig vorbei. Aber dieser Erste Weltkrieg, der begann über viereinhalb Jahre vorher. Nämlich am 1. August für Deutschland, am 1. August 1914. Dies mit der Verkündung der allgemeinen Mobilmachung durch Kaiser Wille. In der Presse wurde bereits vorher versucht, die Bevölkerung auf den Krieg einzustimmen. Anlass dafür war das Attentat von Sarajevo. Am 28. Juni 1914 wurden dort der Thronfolger von Österreich-Ungarn, Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin, von einem serbischen Nationalisten ermordet. Nach Ablauf eines Ultimatums erfolgte am 28. Juli 1914 die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien. Zwei Tage später wurde die Mobilmachung angeordnet. Die Zeitungen sprachen bereits vom ausbrechenden Weltkrieg. In Rostock gab man sich zunächst friedlich. End Juli konnte auf dem Schröderplatz noch der Jonbrinkmannbrunnen eingeweiht werden. Doch schon einige Tage später wurde der Wasserflugzeugwettbewerb in Warnemünde abgebrochen und sämtliche Flugzeuge dann konfisziert. Der gerade fertiggestellte Flugplatz ging an die Marine über, die dort Fliegerkräfte stationierte. Engster Verbündeter Serbiens war Russland. Laut Rostocker Zeitung standen dessen Truppen bereits am Vortag an den deutschen Grenzen und ein Krieg wäre unvermeidlich. Umgehend erklärte Deutschland, auch als Verbündeter Österreichs, daraufhin am 1. August 1914 Russland den Krieg. Am 2. August wurden die Bewohner Rostocks durch die örtliche Presse auf den Krieg eingeschworen. Und schon am 3. August erfolgte dann die deutsche Kriegserklärung an Frankreich. Mit Euphorie wurde auch in Rostock der Eintritt in den Krieg gefeiert. Die lokalen Zeitungen übertrafen sich in den Schilderungen der Begeisterung der Einwohnerschaft. Rostock war Garnisonstadt. In der Kaserne in der Ulmstraße war das Fusilierregiment Nummer 90, das die Namen Kaiser Wilhelm trug, untergebracht. Unter großer Begeisterung der Bevölkerung rückten die Infanteristen bereits am Morgen des 3. August mit zwei Bataillonen an die Westfront ab. Dies sollte auch das Haupteinsatzgebiet für die Rostocker Truppenteile in diesem Krieg werden. Es waren insgesamt sechs Bataillonen mit einer Mannschaftsstärke von jeweils 5.500 Mann. Das waren ca. 35.000 Offiziere und Soldaten aus ganz Mecklenburg, die zwischen 1914 und 1918 in der Ulmenstraße formiert wurden, um dann von Rostock aus an die Front zu ziehen. Mit großer Freude und einer Volksfeststimmung gleich wurden Soldaten und Freiwillige in der Stadt und auf dem Friedrich-Franz-Bahnhof verabschiedet. Man war siegessicher und fuhr überschwänglich mit bester Stimmung in den Kampf, überzeugt davon, dass es ein Blitzkrieg würde und dieser in kürzester Zeit beendet sei. Ihren ersten Einsatz hatten die Rostocker Soldaten beim siegreichen Sturm auf die Festung Lüttich. Doch bereits da gab es für sie große Verluste. Es waren nicht nur einfache Soldaten, die ihr Leben lassen mussten, sondern es traf auch Mitglieder aus dem Offizierslager. Der Tod machte auch nicht Halt vor den Mitgliedern bekannter Rostocker Familien. Ebenfalls wurden die ersten gefallenen Rostocker Soldaten von der Ostfront gemeldet. Zeitgleich erfolgte die Mobilisierung der Reservisten. Zumeist waren es verheiratete Familienväter. Zwei neue Bataillone wurden für die Reserveregimente aufgestellt. Zu den Freiwilligen gehörten viele Jugendliche, die einem Aufruf des deutschen Kaisers folgten. Auch in Mecklenburg war die Kriegspropaganda groß. Junge Leute wollten es den Söhnen des Landes gleichtun und gründeten bereits im ersten Kriegsjahr in fast allen Städten und Ortschaften Jugendtruppen, um sich einer militärischen Vorbereitung für den Kriegsdienst zu unterziehen. Nach den ersten anfänglichen Erfolgen herrschte noch große Euphorie, denn auch die Vogesenschlacht am 23. August verlief noch erfolgreich für die deutschen Truppen. Die militärischen Erfolge wurden natürlich auch im Rostocker Anzeiger bejubelt. Begleitet mit Marschmusik rückte auch das Reserveinfanterie-Regiment Nr. 90 am 22. August an die Westfront ab. Anfang September 14 nahm es an der Eroberung der belgischen Stadt Thermont am Ufer von Dender und Scheldetal. Die ersten Frontverwundeten trafen zeitgleich in Rostock ein und wurden im Lazarett in der St. Georg-Schule untergebracht. Rostocker Betriebe wie die Neptunwerft waren bereits auf Rüstungsproduktion umgestellt. So entstanden hier in den Kriegsjahren Torpedoboote, Minensucher und zum Kriegsende auch U-Boote. Diese wurden aber nicht mehr ausgeliefert. Im Fabrikgelände der Maschinen- und Feldbahnfabrik Dolberg, das sich mit einer großen Fertigungshalle in der Bleicherstraße in unmittelbarer Nähe des Friedrich-Franz-Bahnhofs befand, wurden unter anderem Lafetten für Geschütze und Lazarettfahrzeuge hergestellt. Da die männlichen Arbeitskräfte zum großen Teil Waffendienst leisteten, mussten Frauen die Produktion übernehmen. So sollte es auch bei der Straßenbahn bald die ersten weiblichen Straßenbahnschaffen ergeben. Doch schon sehr bald kam der Feldzug in Stocken. Schützengräben wurden ausgehoben, Grabenkämpfe und kaum nennenswerte Geländegewinne bestimmten von da an den Kriegsalltag. Seit November 1914 war an der Westfront aus dem Angriffs ein Stellungskrieg geworden. Bis zum Kriegsende sollte die Mehrzahl der Offiziere und Soldaten in den Schützengräben in Frankreich stehen. Bereits Anfang 1915 war klar, der Schliefenplan eines Blitzkrieges war gescheitert. Viele Soldaten gerieten in Gefangenschaft. Bereits ein Vierteljahr nach Kriegsbeginn, im November, wurde die Umrüstung des Alexandra-Hauses in Warnemünde zum Kriegslazarett abgeschlossen. Auch ein Feldgottesdienst für die 90er-Füsiliere konnte nichts daran ändern, dass die Verluste an Toten und Verwundeten immer größer wurden. Schon Ende November wurden die ersten Kriegsflüchtlinge von der Ostfront aus dem Gebiet Ostpreußen in der Gaststätte Bismarckshöhe untergebracht. Dann kam der Kriegswinter 1914-15. Extreme Mängel der deutschen Kriegswirtschaft machten den Rostockern zu schaffen. Die Situation in der Stadt verschlechterte sich zusehends. Vor den Geschäften bildeten sich lange Schlangen, es fehlte ein Heizmaterial, Schulen wurden geschlossen. Die ersten Bezugsscheine für Lebensmittel, für Petroleum, Fleisch und Fette und andere Versorgungsgüter mussten ausgegeben werden. Eine Volksküche für kostenlose Mittagsmahlzeiten musste im März eröffnet werden. Bis Kriegsende wurden daraus fünf öffentliche Kriegsküchen. Warnemünde durfte nur noch mit speziellem Ausweis betreten werden. Es wurde Sperrgebiet. Deutschland erklärte am 4. Februar 1915 die Nordsee um die britischen Inseln zur Kriegszone. Der U-Boot-Krieg begann. Spätestens seit dem Untergang der englischen Mositania hagelte es Proteste. Das Schiff war das Aushängeschild der britischen Handelsflotte und wurde am 7. Mai vom deutschen U-Boot U-20 versenkt. Der internationale Protest richtete sich vor allem gegen den Tod von 1.200 Passagieren des Schiffes. Für Rostock und Warnemünde wandelte sich nun das Geschehen im Hafen und auf See. Nicht mehr Frachtdampfer, sondern Kriegsschiffe wie Minensuchboote und U-Boote bestimmten hier das Geschehen. Zahlreiche Schiffe gingen verloren. Im Juni und im August sanken die ersten Rostocker Frachter. Anfangs wurden an der Front noch akribisch Kriegstagebücher geführt, wie beim 21-jährigen Rostocker Kriegsfreiwilligen Walter Palm aus der Mühlenstraße 14, der an der russischen Front kämpfte. Die Eintragungen endeten abrupt Anfang April 1915. In jenem Jahr war die Unterstützung für den Krieg bei der Rostocker Zivilbevölkerung noch groß. Im September startete die Aktion Eiserner Greif. Durch eingeschlagene Nägel entstand das Rostocker Wappentier, das von der Opferbereitschaft der Rostocker zeugte. Denn jeder dafür gekaufte Nagel füllte die Kriegskasse. Eine ähnliche Aktion zum Füllen dieser Kassen sollte es auch im darauffolgenden Jahr geben. Gold aus Privatbesitz tauschte man in Eisen um. Insgesamt neunmal wurden Milliarden von Mark im Verlauf des Krieges zu seiner Finanzierung über Kriegsanleihen bei der Bevölkerung eingenommen. Das Reserveinfanterie-Regiment Nummer 214 ging am 12. Oktober 1915 an die Front. Die Nachrichten von dort waren alles andere als glücklich. Trotz der mehr als 600 verhängten Postsperren war die Feldpost die einzige Möglichkeit, mit den Angehörigen und Freunden in Verbindung zu bleiben und somit engen Kontakt mit der Heimat zu halten. So erfuhr man hier immer häufiger von gefallenen und verwundeten Rostocker Soldaten. Aber auch von der Infragestellung und Sinnlosigkeit des Stellungskrieges. Am Kriegsende waren es über 28 Milliarden Postsendungen, die befördert wurden. Dazu gehörten auch die Briefe des Besitzers der Rostocker Kalkbrennerei Schröder an seinen Sohn Gustav, der als Krankenpfleger an der Westfront diente. Aus diesem Briefwechsel erfuhr man auch, dass es bereits Ende 1914 in Rostock Militärmasseneinquartierungen in den großen Gasthäusern wie der Tonhalle in der Bismarckstraße, der Wilhelmsburg in der Alexandrinenstraße und im Gesellschaftshaus Leverenz in der Ulmstraße gab. Es war der zum Roten Kreuz gehörende Marienfrauenverein, der nicht nur die Lazarette im Friedhofsweg 11 und ab November auch in der Augustenschule unterhielt, sondern auch sogenannte Liebesgaben für die kämpfenden Mecklenburger Truppen wie Weihnachtspakete verschickte. Über das Rote Kreuz konnte auch vielen Kriegsgefangenen geholfen werden. Zur Hebung der Moral in der Bevölkerung wurde zum Jahresende das zwischenzeitlich geschlossene Stadttheater wieder eröffnet. 1916 sollte das entscheidende Jahr und das der großen Deutschen niederladen werden. Am 21. Februar begann die Schlacht um Verdun. Sie wurde zum erbitterten Stellungskrieg und endete Mitte Dezember 1916 mit dem Sieg Frankreichs. Offiziell lasen die Rostocker in den Zeitungen weiterhin Kriegserfolge. In der Stadt wurden im März nun auch Butter- und Fettkarten eingeführt. Rohstoffe und Lebensmittel gingen zu einem großen Teil an die Front, sodass mit jedem Monat Not und Entbehrungen zunahmen. Krankheiten waren die Folge des Mangels. Mit Plakaten wie diesen sollte der Bevölkerung der sparsame Umgang mit den Waren des täglichen Bedarfs vermittelt werden. Im April wurden zur Fortsetzung des Krieges auch die Kupferplatten vom Rathaus demontiert. Wieder sollten Geldmittel von der Bevölkerung gespendet werden, diesmal im Mai für Kriegspflegedienste. Anlass war eine Kriegsbeuteausstellung in der Realschule. Die größte Seeschlacht aller Zeiten begann am 31. Mai 1916 am Skagerak, zwischen der deutschen Hochseesflotte und der britischen Grangfleet. Deutschland erlitt eine große Niederlage zur See. Spätestens hier wurde klar, dass der deutsche Aufbau einer Kriegsflotte eine Fehlkonzeption war. Unter den verlorengegangenen Schiffen war auch der kleine Kreuzer Rostock. Großbritannien blieb unangefochten die größte Seemacht der Welt. Alle vier Rostocker Militärlazarette waren im Juni voll belegt. Im Monat darauf folgte die Rationierung von Kartoffeln und die Einführung von Eierkarten. Das hieß pro Person ein Ei pro Woche. Im September wurden Fahrradbereifungen von Privatpersonen beschlagnahmt und der Armee zur Verfügung gestellt. Zwei weitere Rostocker Bataillone mit vielen jungen Leuten, die in Holstein ausgebildet wurden, zogen im Oktober 1916 und im Januar 1917 in den Krieg. Eine weitere Kriegsküche für die notleidende Rostocker Bevölkerung öffnete im November in der Friedrichstraße. Der Winter 1617 war der Kohlrübenwinter, der zum endgültigen Umschwung in der öffentlichen Meinung führte, zumal selbst die Rüben knapp wurden. Im März 1917 zog sich die deutsche Armee an der Westfront auf die sogenannte Siegfriedlinie zurück. Durch einen Besuch des Herzogs Friedrich Franz IV. bei seiner Truppe wurde die Stimmung sicherlich auch nicht mehr bedeutend verbessert. Ende Juni gab es ein sogenanntes Abschiedsläuten der Rostocker Kirchenglocken. Denn Kupfer, Messing, Zinn, Nickel, Eisen und Bronze wurden auf Anordnung der Regierung für die Rüstungsproduktion beschlagnahmt. Doch die Not der Bevölkerung wurde in Rostock immer schlimmer. Nun wurden auch noch Bezugsscheine für Brot und fleischlose Tage eingeführt. Zur selben Zeit wurde die Bevölkerung schon wieder zur Kasse gebieten. Anfang Juni wurde anlässlich des U-Boot-Tages wieder zu Spenden aufgerufen. Die nächsten Bezugskarten folgten kurz darauf, sodass es am 1. und 2. Juli Hungerunruhen in der Stadt gab. Die Alltagssituation geriet außer Kontrolle. Die ersten 35 Typhus-Toten der Stadt beklagte man in diesem Sommer. Frontnachrichten und die vielen Todesanzeigen in den Zeitungen demoralisierten und schwächten die leidende Bevölkerung zusätzlich. Trotz drastischer Strafandrohungen wurde ganz Deutschland von Streiks erfasst. So legten auch im September in der Neptunwerf die Werktätigen die Arbeit nieder. Eine erste Versammlung gegen den Krieg fand Ende Oktober nach einem Aufruf der Sozialdemokraten in der Philharmonie statt. Im November wurden in der politisierten Atmosphäre innerhalb nur weniger Tage Ortsgruppen verschiedener Parteien gegründet, die von ganz rechts bis ganz links ausgerichtet waren. Wie zum Beispiel der Rechten Deutschen Volkspartei und der Deutschen Vaterlandspartei oder aber der Deutschen Demokratischen Partei mit bekannten Rostocker Bürgern und der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Am 30. Januar 1918 waren es dann Rostocker Frauen, die im Gewerkschaftshaus Philharmonie auf einer Kundgebung Frieden forderten. Rednerin war Marie Juchatz, eine sehr bekannte sozialdemokratische Frauenrechtlerin und dann 1919 Mitbegründerin der Arbeiterwohlfahrt. Im Juni 1918 beging die Stadt ihr 700-jähriges Jubiläum, lediglich mit einem Festgottesdienst am 24. Juni. In der Marienkirche konnte das Ereignis gewürdigt werden. Ab November überschlugen sich die Ereignisse. Aufständische rote Matrosen aus Kiel kamen am 5. November 1918 mit Torpedobooten nach Warnemünde. Von hier aus ging die revolutionäre Bewegung auf Rostock über. Am 7. November wurde auch in Rostock ein Arbeiter- und Soldatenrat gebildet. Am 9. wurde dann in Berlin die Republik ausgerufen. Die Monarchie war gestürzt, der Kaiser dankte ab. Fünf Tage später war es dann auch in Mecklenburg soweit. Großherzog Friedrich Franz IV. und seine Regierung in Schwerin traten ab. Vor genau 100 Jahren, am 11. November 1918, wurden mit dem Waffenstillstand von Campion die Waffenhandlungen des Ersten Weltkrieges beendet. Viele Rostocker Soldaten wurden in den Massengräbern fern der Heimat begraben. Am Ende dieses sinnlosen Krieges waren es insgesamt 1.758 Rostocker Militärangehörige. Soldaten und Offiziere, die ihr Leben verloren. Eines der wenigen noch vorhandenen Denkmäler steht in Bistum. Einigen der vielen Gefallenen des Ersten Weltkrieges wird zum Beispiel hier gedacht, am Gedenkstein in der Kirche in Bistum. Meines Wissens nicht der einzige Stein, der in Rostock und Umgebung steht. Aber wir lassen uns von einem Fachmann aufklären, Herr Bodo Kaipke vom Archiv der Hansestadt und Universitätsstadt Rostock. Herr Kaipke, wie sieht es aus mit den Gedenksteinen für den Ersten Weltkrieg? Ja, in Rostock muss man, wenn man sich auf die Suche macht, schon etwas genauer hingucken. Am einfachsten ist es noch in den ehemaligen Dörfern am Stadtrand, wie beispielsweise hier in Bistum, in Teutenwinkel, in Lichtenhagen Dorf. Beispielsweise haben wir solche Gedenksteine, die die Zeiten überdauert haben. Dann gibt es auf dem neuen Friedhof hier in Rostock ein Kriegsgräberfeld. Das Gleiche gilt für den alten Friedhof in Warnemünde. Dort sind die Leute aus den Lazaretten, die dort verstorben sind, begraben. Aber die zentralen Gedenkstätten, die es in Rostock und Warnemünde gegeben hat, die haben die Zeiten leider nicht überdauert. So dass eigentlich ein zentraler Ort für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges in Rostock nicht zu finden ist. Lassen Sie mich nochmal anknüpfen. Sie haben es eben schon angedeutet. Es gab noch mehrere dieser Denkmale in Rostock. An wen oder an was muss man da in diesem ganz speziellen Fall sich erinnern oder kann man sich erinnern? Ja, es sind ja die Kriegsgefallenen, die fern auf den Schlachtfeldern begraben worden sind. Das ist ja in der Regel in Frankreich gewesen, wo die Soldaten vier Jahre im Stellungskrieg verharrt sind, dort gefallen sind, dort begraben worden sind. Und es brauchte natürlich für die Menschen, die in Rostock ihre Angehörigen verloren hatten, einen zentralen Punkt, wo sie gedenken konnten. Und deswegen hatte man sich bemüht, nach dem Ersten Weltkrieg solche zentralen Stellen zu schaffen. Für Rostock war das der Platz vor dem ehemaligen Lazarett, der heutige Leibnizplatz. In Warnemünde war ein weiteres Denkmal geschaffen worden. In den Dünen am Strand, das für die Warnemünder Gefallenen gedacht war. Aber diese beiden Denkmäler haben die späteren Zeiten nicht überlebt. Das Denkmal in Warnemünde wurde von den Nationalsozialisten abgerissen. Das Denkmal in Rostock später von der sowjetischen Besatzungsmacht. Da gab es ja noch das eine oder andere hinzu. Wollen wir jetzt auch nicht näher eingehen. Aber interessant ist es ja vielleicht doch, dass immer dann die folgende Politikergeneration mit den Denkmälern der Vergangenheit anders umgegangen ist, als es eigentlich gedacht war. Ja, Denkmäler werden ja bewusst errichtet, um bestimmte Ideen auch zu befördern, zu unterstützen. Nach dem Ersten Weltkrieg waren es ja vor allem Kriegervereine, die die Initiative ergriffen haben, um an ihre gefallenen Kameraden zu gedenken. Und für sie war die Blickrichtung eigentlich, man wollte den Heldentod, denen die Soldaten gestorben sind, an diesen Heldentod wollte man erinnern. Heute, wenn man solche Denkmäler betrachtet, die Daten darauf liest, dann denkt man, die armen Menschen, die armen Männer, sie sind gefallen. Sie sind um ihr Leben betrogen worden für eine Idee, die vielleicht falsch war, die wir heute so nicht mehr vertreten würden. Es ist also immer die Blickrichtung der jeweiligen Generation, die vor dem Denkmal steht und die sich dieses Denkmal aneignen muss, mit Inhalt füllen muss. Vielleicht abschließend noch die Frage zu einem Denkmal, welches nicht das kleinste war und da auch noch Reste vorhanden sind. Marienkirche, der Stichwort. Ja, in der Marienkirche kann man heute eigentlich noch die Reste eines sehr beeindruckenden Denkmals begutachten. Und zwar ist dort im Jahre 1922 von Walter Rammelt eine Gedenkstätte geschaffen worden für die Mitglieder der Mariengemeinde. Walter Rammelt hatte schon während des Weltkrieges in der Kriegsgräberverwaltung an der Westfront gearbeitet, hatte Erfahrung, war ein junger Mann von 22 Jahren, als dieses Denkmal aufgestellt wurde. Und er hatte sich einer modernen Formsprache verwandt und diese Formsprache galt den Nationalsozialisten als entartet. Und sie haben das Denkmal umgestaltet, haben die vier Soldatenfiguren, die er geschaffen hat, rund um ein Kruzifix, die haben sie abgebaut. Übrig geblieben ist das Kruzifix dort an der Wand in einer Chorkapelle. Alleine schon dieses Kruzifix ist sehr beeindruckend und wenn man sich dort noch diese vier Soldaten dazu denkt, die im Sarkophag, vor einem Sarkophag stehen, dann erkennt man die Gesamtdimension und weiß das Denkmal erst richtig zu würdigen. Ich sage mal an dieser Stelle Dankeschön. Es ist wunderbar, von einem Fachmann zu erfahren, wie die Hintergründe zu bewerten sind, welche Denkmäler es gibt. Vielleicht letzte Frage doch noch. Ein Denkmal heutzutage, ist das ein Problem, wenn einer sagt, ich brauche ein Denkmal? Ja, da gibt es sicherlich Probleme. Ein Problem ist sicherlich die Finanzierung. Das wichtige Problem ist natürlich, man braucht einen Anlass. Woran wollen wir gedenken? Und da braucht man heutzutage, glaube ich, auch eine politische Mehrheit, um so ein Denkmal durchzusetzen. Das wird vielleicht schwierig. Das hängt nach meiner Meinung immer vom Thema ab, an dem gedacht werden soll. Okay, dann also großes Dankeschön an das Stadtarchiv und auch Ihnen ein großes Dankeschön für die Aufmerksamkeit. In einem Monat sind wir wieder zur Stelle. Ja, und ich habe mir vorgenommen, Sie mit einem Fachwerk vertraut zu machen, mit einem Beruf, den es über Jahrhunderte oder Jahrtausende schon gibt. Es geht um das Thema Glas. Bis dann. Bleiben Sie neugierig. Dankeschön. Und dass wir es k specifisch? Musik